Kurz die Aufnahme beenden. Moment, bin sofort wieder da. So, und weiter geht's. Und, äh, irgendwer sollte ihn dann mal in Skype nochmal anrufen. Ich habe ihn schon zum Anruf hinzugefügt. Nein, Moment, Ruf, ne? Wenn er nicht reinkommt, ist es sein Pech. Ja. Warum muss man denn sein Rechner neu starten, oder was weiß ich, was war? Keine Ahnung. Warum tut man das? Der ist einfach ein kuschelweicher Baumschmuser. Ja, kuschelweicher Baumschmuser. Ich glaube, das werde ich für meinen YouTube-Kanal als Namen nehmen. Kuschelweicher Baumschmuser. Du, die. Okay, meine Tastatur stimmt mal gar nicht wieder. Ich muss da noch ein bisschen drauf umkloppen. Ich werde, glaube ich, jetzt sowas wie ein Felsenhaus machen. Also so eine kleine Wohnung, die man nicht betreten kann, nur durch Fliegen. Und dann, ja. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall gleich um die Inneneinrichtung kümmern. Ich helfe da. In dem Haus. Ich helfe dir nicht. Ich würde hier unten gerne eine Küche machen. Ist da noch irgendwo Erde? Nee, oder? Die Werkbank nehmen wir weg. Die Öfen, die können wir stehen lassen, theoretisch. Ah, die Kohle nehme ich mal raus. Die Kohle nehme ich auch noch mal mit. Ähm, was machst du da? Mach die Scheiter bitte weg. Oh, melden. Schalte weg. Was mich das doch erstmal fertig macht. Der kommt innen drin. Komm, rest auf fucking rein. Okay. Cool, 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 cool. Aber da kann man die ja nicht mehr ausmachigen, was der Vorteil ist. Man kann es ja gleich close down zu nehmen. Die sehen hier aber viel toller aus. Oh, wer schiebt mich denn da weg? Tralalalalala, tralalalala. So, so ein schöner Leuchtkranz. Der bleibt auch so. Ich hoffe, Fraps nimmt richtig auf. Ansonsten drehe ich heute Abend durch. Die, das ist los, dann weg. Ja, dann hat nach vier Stunden Aufnahme nichts aufgenommen. Ja. Fraps hat ein Problem festgestellt. Tut mir leid. Ich hoffe, sie können ihre Aufnahme wiederholen. Fuck you. Ja, also ich würde hier gerne... So, ja, hol mal den Stamm weg. Zur Not könnte ich dir auch die Aufnahmen schicken, weil ich habe bis jetzt alles drauf. Ja, du hast definitiv nicht alles drauf. Das ist es ja. Ja. Ich möchte gerne... Zumindest vom Baumhaus. Ja, einen Moment. Ich baue das jetzt hier. Finger weg. Finger weg. Lass das doch mal. Ich möchte hier nämlich eine kleine Küche reinbauen. Und zwar dann hier so Hängeschränke rein. Ähm, hier kommt dann auch noch die Wolle weg. Ups. Äh, hier kommt Wolle hin, meine ich. Und, dann werden wir das nämlich mit Kühlschrank und allem drum und dran, werden wir das machen. Kühlschrank? Ja, Kühlschrank. Oh mein Gott. Du kannst ein Bild in der Kühlschrank-Textur machen. Puh, das werde ich irgendwann noch machen, aber ich werde jetzt hier eins erstmal machen. Das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Also, das sieht doof aus. Ja, wir sind noch nicht fertig. Ah, ich weiß, wo der Kühlschrank hinkommt. Der kommt definitiv. Äh, wo haben wir ihn denn? Wo haben wir denn hier die Eisentür? Eisentür ist nämlich Kühlschrank. Hätten wir jetzt hier Plugins noch mehr so mal an. Das wäre dann nicht einfach. Hätten, hätten, hätten. Hätte, hätte. Aber wir hatten dann ja nicht in der Singleplayer-Welt. Das ist das so, ja. Ach, wir haben die besten Vorhaben vor Käpt'n Einsicht. Später. Hä, genau. So, ist richtig. Genau. Und dann werden wir nämlich hier an der Kühlschrank-Tür, werden wir nämlich einen Schalter befestigen. Gott, wo ist das Birkenholt denn? Halt! Mir fällt was ein. Hier machen wir am besten, damit das zum Kühlschrank passt, machen wir einen Eisenblock hin. So. Dann haben wir hier eine Kühlschrank-Tür. Ja, doch. Doch. Sekunden. Echt? Ja. Ähm, okay. Genau. Mir ist dir gerade was aufgefallen. Ach nee, das ist ein Schattenfehler. Ich dachte jetzt hier wäre verschiedenes Holz. Fail? Ja. Ah, jetzt wiederum. Das würde ich so machen, hier so mit befestigen. Wegen der Fackel. Benni. Wie, Fackel? Wegen der Fackel hier unten. Ach so. Muss man, warte mal kurz, probieren wir uns mal im Schalter. Normalerweise muss das ja auch anders gehen, also. Ja, genau. Also mir gefällt's. Jetzt haben wir hier drin keinen Baum mehr. Ups, hups, hups, hups. Ich muss mal kurz mein Mikro hochmachen. Dann machen wir hier andere Stämme rein, als Stabilität. Hier oben habe ich noch Platz. Wie wäre es, wenn wir hier sozusagen einen kleinen Garten hinbauen? Ja, wieso nicht, ne? Was habe ich jetzt gedrückt? Ich würde hier die Fackeln rausnehmen aus der Küche, da machen wir aber auch was anderes. Hier möchte ich gerne... Hier möchte ich gerne die Wand ganz zu haben. Weil hier machen wir nämlich ein Waschbecken hin. Eine Spüle. Vielleicht machen wir oben auch irgendwo noch ein schönes Bad mit Kakaos. Kann man auch machen. Für den Klo hätte ich auch noch eine gute Idee. Ja. Super, super funktionsfähig. Creeper. Wo? Hier auf der Treppe. Ja, wir sind im Creative Mode. Ja, hier unten ist nicht beleuchtet, komm, das mache ich mal kurz. Gute Idee, ich helfe hier. So, weil dann würde ich hier nämlich einen Wasserhahn hinsetzen. Haben wir hier einen Wasserhahn. Rassenverbrauch. Genau. So, hier würde ich dann Öfen hinsetzen. Wo haben wir denn die Öfen? Die Öfen. Öfen. Öfen, Sir. Öfen. Oh, hat er mich jetzt nicht schreckt? Schildkröte. Ich möchte hier eine Marmor-Arbeitsplatte drin haben. An einer Stelle. Auf der Seite zumindest. Nur auf der Seite. Genau. Ja, wunderbar. Danke dir. Weil, da werde ich dann nämlich hier... Blrrr. Flieg mal hoch, Chris. Druckplatte. Gleich. So. Einen Moment. Und hier werde ich das ausmachen. Dann hebt sich das noch so ein bisschen ab. Nee. Nee, hier kommt eine Falltür hin. Weil, das passt wunderbar. Das ist dann der Geschirrspüler. Genau. Wie wäre es so, dass man die Zäune durch die Dinger ersetzt? Durch solche Baumstämme? Das fände ich auch noch irgendwie klasse. Ach, hier machen wir das nicht. Wir machen da noch Marmor hin. Welche Zäune? Äh, ja, die Zaunstär... Die... Diese hier. Die äußeren. Ja. Ja, dann brauchen wir hier keine Stützpfeiler in. Und hier kommt auch noch Marmor hin. Also, es reicht ein Ofen, glaube ich. Und hier noch ein Marmor. So. Dann würde ich nämlich sagen, hier kann man noch eine Platte draufsetzen. Aber, äh, auf die andere halt nicht. Das reicht so. So, dann haben wir eine schöne Küche. Hier kommt die Falltür hin. Ah. Genau. Hier machen wir das genauso. Hier machen wir eine Falltür rein in die Küche, falls der Einbrecher was macht. Oder so. Ja, genau. Hier passt das nicht. Ach, hier lassen wir das auch. Das reicht, wenn man das auf einer Seite macht. Schön. Dann haben wir hier zumindest schon mal eine Küche. Können das Ganze aber auch noch hier so lang ziehen. Fällt mir gerade so ein. Oder wir machen doch hier hinten Sitzplätze. Wollen wir einen Weg, also vom Boden aus die Hochbahn dahin bauen? Nee, wir haben doch hier die Leiter. Sollastricht. Okay, hier könnte man auch noch mal mit Blättern verkleiden, sodass es aussieht, als ob das Bäume wären oder ähnliches. So. Hier wurden Kripo. So, wie so. Und schreckt. Kuchen ist immer eine gute Idee hier. Machen wir Kuchen. Über die Sparkassenwerbung. Kuchen. 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 Wenn zu uns geht, geht Spaßkatze. Ja, klar, Spaßkatze. Mein Name ist ja so. Ja. Ja, und da müssen wir nur zusehen. Das war überall vernünftige Beleuchtung durch Glowstones oder sowas haben. Wie zum Teufel soll ich in mein Apartment kommen? Fliege. Fliege. Nee, ich meine, ich will ja auch hier irgendwie reinkommen, wenn man so im Survivalve-Modus ist und nicht Superman. Superman. Superman Treppe. Ja, mir fällt hier das. Das ist wohl, das ist Superman-Wohnung. Guck mal, du sagst, was er das da machen soll. Okay. So ein bisschen ultrabeschütten Händler aus dem Weg, wenn die Treppe reinmachen will. Da mache ich mal, ich habe nicht die und das in Hülle. Gäber Schniedel und Ursache mit Pinkfarm nach Schniedel. Ne, er macht doch eine Treppe, also geht in die Hülle rein und macht so dann die Treppe auch. Ne, ne, ne. Aber ich habe vergessen, nur bei Connect Text, das lege ich immer gegen die Glasscheiben. Jo, das habe ich auch drauf. Ah, ne, 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 da würde ich volle hinmachen. Äh, das ist Graue. Echt? Ja. Oh. Ja, weil das passt hier mit der Truhe, passt das wunderbar. Eigentlich würde ich die Truhe gerne mal leer machen. Hä, was ist das denn? Aber das mache ich dann im Survival. Was denn? Hier ist so eine Kuhle und da steht ein riesiger Baum drin. Sieht aus, als ob das so Gebüsch wäre, aber das geht dann noch weiter runter. Das sieht lustig aus. Hier, wartet. Hier, in der Küche. Und neben dem Baumhaus, neben dem Hauptbaumhaus. Hier hinter. Küche, soweit ich fertig. Da, ihr seht mich doch. Oh, ja. Ihr drüber. Okay, warte, mach da. Lol. Sieht aber schon gut aus, wie man das machen hat. Oh, wie geil. Die könnten vielleicht auch noch was Geheimes hinbauen oder so. Ja, das ist ja recht. Sieht episch aus, irgendwie. Was sind? Hier ist so eine riesige Kuhle und da ist ein bisschen Baum drin. Der füllt den fast komplett aus. Ja. Was ist das jetzt, wenn ich auf den Ebel klicke? Das ist ein Wahnsinn. Das sind die ganze Welt weg. Ja, was? Das ist nur ein Wasserhahn. Ach so. So, okay. Lustig. Ah, schade. Hier geht das mit den Falltüren, glaube ich nicht. Wartet mal. Ich gucke mal eben, wo das Schild war. Geht das Schild weg? War das Schild schon weg? Lass mich mal gucken. Ja, ich mache mal hin und gucke. Geht gar nicht. Schade. Da muss doch wieder ein Schild hin. Wann wurden denn die Türen gefixt im Minecraft Multiplayer? Wieso? Na ja, also früher auf den Classic Minecraft-Selvern, da haben die Türen immer so brutal gebackt. Das ging gar nicht, wenn du zwei nebeneinander gehabt hast. Stimmt. Stimmt. Dann wolltest du eine aufmachen, auf einmal sind beide aufgegangen, dann zu und dann wurdest du erschlagen davon und keine Ahnung. Also bei Bennys Villa ist es auch noch verpackt. Villa. Villa. Ich würde ja hier unten gerne noch Beleuchtung haben. Deswegen möchte ich gerne mal gucken, dass ich hier zumindest die Eckblöcke, also hier den Eckblock ersetze durch Glowstone und hier auch irgendwie nochmal schaue. Halt. Ne. Ach, Quatsch. Äh, was tut ihr da? Ich probiere was aus. Ja, das ist nämlich gerade Platz fressend. Irgendwie. Nee, äh, wir müssen ja noch, also ich wollte mal was ausprobieren noch dazu. Okay. Hm, mir fällt. Gerade nix ein, wie ich hier die Beleuchtung machen könnte, obwohl, doch. Ist doch klasse. Also, äh, sowas würde ich noch auf jeden Fall noch einbauen. Dass man dann da so durch eine Leiter in das Hauptbaumhaus auf das Dach kommt. Und, das kann man machen. Weil, das finde ich eigentlich richtig schön dort oben. Oh, ein Garten. Gefällt mir. Wobei, wir sollten den Boden noch durch Rallgras ersetzen, also setzen wir noch. Ja, das kann man machen. Wir machen das heute nicht weg, sondern setzen wir einen Grasgras drauf. Ich bin ja wieder da. Also, ich wollte dir hier, ich meine, Mike, bin ich wieder da. Ich bin da, 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 ich bin da. Na klar. Ähm, so, Grasblock. So, okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Sieht von draußen geil aus. Ja, aber ich finde, hier sind echt zu viele Fackeln. Die Fackeln müssen eigentlich alle weg. Aber Fackeln sind für so ein modernes Haus eigentlich eine uncoole Beleuchtung. Deshalb habe ich das ja mit dem Gloss noch vorgeschlagen, aber irgendjemand hat die dann wieder weggemacht und dann dachte ich, ich will keiner. Nee, ich habe die nicht weggemacht. Das hast du. Wer, ich? Einer muss es gewählten sein. Nein, ich weiß nicht. Komm, gibst du, wir wissen alle, dass du es warst. Genau. Ihr hasst mich doch alle nur, weil ich schwarz bin. Ja, besonders, weil du schwarz bist. Sag mir, sagt das jetzt jeder? Ey, du bist nur, du bist nur, du bist voll rassistisch. Wieso das denn? Ja, weil du was gegen schwarz hast. Du bist mich verarscht, du bist weiß. In meinem tiefen Inneren bin ich ein schwarz, ja. Ja. Ich habe eine schwarze Seele. Genau bist du, natürlich bist du das. Eine schwarze Seele. Das Einzige, wo du schwarz bist, bist du unter den Fingernägel und du nimmst halt. Und in deinem Mund. Deine Zähne. Deine verschimmelten Zähne. Aber hier oben würde ich gerne dann Wohnzimmer haben oder das Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob wir hier das Schlafzimmer machen oder das Wohnzimmer ganz oben. Ich weiß es nicht. Ich kann mir mal mit dem Ende jetzt erzählen, warum ich einen Blackscreen habe, weil ich Optifine reingemacht habe. Optifine ist böse. Ich würde dich töten. Wenn du meine Jar verwendet hast, dann müsste da schon Optifine drin gewesen sein. Ich habe die ja nicht verwendet. Sonst wäre mein Minecraft ja die ganze Zeit so scheiße aussehen. Also wegen dem Dings, deswegen, bei mir geht das ja nicht. Also geht schon, aber ne. Ey, komm, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Oh, das passt. Ich würde hier gerne, was würde ich denn hier machen? Ich muss ja auf jeden Fall irgendwo einen Fernseher hinbauen. Schwarz im Grunde bau ich. Fernseher sind immer bewertet. Fernseher sind nur was für Schwarze. Fernseher ist wichtig hier in Minecraft. Hast du in Minecraft keinen Fernseher? Bist du uncool. Weil das auch so geil geht. Ja. Ja, mit Bildern? Geht doch. Das ist richtig geiler Fernseher. Moment. Ich habe kein Recht. Achso. Hä, was machst du da? Du bist nicht erlaubt. Nein, 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 so mache ich das nicht. Ich probiere das immer so. Scheiße. Bitteschön. So, ich pflanze ja auch krass, ne. Wopp. Wopp. Tue dies. Kann man Lianen eigentlich schnell wachsen lassen? Nee, oder? Voll der Bob. Hä, lol. Ich setze hier was hinten. Haha, wie geil das ist. Ist der Fernseher nicht ein bisschen zu breit? Wopp. Ich würde sagen... Hier, guck mal. Ja, voll geil. Ich frage mich, warum das da wegspringt. Wahrscheinlich wegen Licht, oder? Dann machen wir den Fernseher ohne Lautsprecher. Dann haben wir einen großen Flatscreen hier. Hä, ernsthaft? Das ist ein großer Flatscreen. In schwarz. Schwarz. Der ist momentan leider kaputt. Ganz kurz, Leute. Ich bin rausgegangen, um Optifine in mein Minecraft zu machen. Schiebe das neueste Optifine in mein Minecraft-Bin-Ordner. Alles ganz normal so, ne? Ich führe mal ja schon eh, oder weißt du, wie es geht. So, mein Minecraft startet nicht mehr. Also, ne? Geht einfach nicht mehr Blackscreen. So, ich nehme dann halt ein Backup von so einem, äh, von den GSL. GS-S-L... GS-S-L-S-L. Ja, wie auch immer. Von den Shaders. Nehme das Backup, ziehe es hier rein. Ich gehe hier auf Minecraft. Es wird mir angezeigt, Optifine wurde geladen. Beziehungsweise eine neue Optifine-Version ist draußen. Ach so, ja. Das kann sein. Ja, kann mir jetzt mal jemand erklären, warum das vorher gerade eben nicht funktioniert hat? Metatimes. Ich will gerade mal gucken. Ich möchte hier irgendwo noch eine vernünftige Anlage hinbauen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie hab ich das denn vorher gemacht. Also, das Baumhaus sieht toll aus. Benni, kannst du das ja gleich mal angucken? Ja, kann ich mal. Ja, vor allem dieser Garten hier oben. Den finde ich echt schön. Ja. Ziemlich cool. Wunderlich. Sollten da vielleicht Trampol reinbauen oder sowas. Ach da. Nee, lieber ein paar Parkbänke. Ja, aber irgendwie... Nutz für die Dinger keine Schilder, sondern Trapdoors. Geht nicht. Bei mir geht's auf dem Server, aber... Also in der Singleplayer-Welt geht's dann ja nicht mehr. Und das ist dann unpraktisch. Richtig, deswegen spielen wir ja auch ohne Plugins, weil ich hab das ja nicht gehabt, als ich meine Villa hinzugefügt hab zum Singleplayer. Dann sagen wir überall die Trapdoors. Genau, dass da ganz viele Trapdoors lagen. Das hab ich gesehen. Genau. So, so würde ich das machen, theoretisch. Da ne Lampe hin. Hier eventuell haben wir so ne Schlafecke. Ich glaube, ich mach jetzt mal so ne riesigen Baum, wie ich euch gesagt habe. Ja. Okay, und wenn ihr mal dann halt die Wohnung sehen wollt, müsst ihr mir kurz Bescheid sagen. Oh, ich hasse Zombies. Ich mach hier mir mein Bett. Die knallen hier im Hintergrund gegen die Tür. Ich hasse, dass sie nicht mehr fest. Die knallen sich gegenseitig hier. Also das sind zu viele Betten, Leute. Das sind zu viele Betten. Okay. So. Hier in die Ecke würde ich auch noch ne Lampe machen. Äh, äh, warum machst du mein Bett wieder weg? Ja, schlag dich gleich. Ich schlag dich. So, und hier würde ich irgendwo einen Kleiderständer hinstellen oder sowas. Ein Ständer. Er hat Ständer gesagt. Er hat Ständer gesagt. Ihr seid welche. Bösen Buben. Hier schläft. Chris X930. Ja. Ein Mädchen hat mich mal Bubenloch genannt. Hey. Wer macht mein Schild hier weg? No. Da fällt mir nur so ne Gruppe ein. Die, die, die geilen Buben. Die geilen Buben. Musst du mal bei YouTube eingeben. Das, das hab ich nicht vor. Das erste Lied musst du dir dann mal anhören. Das ist der Oberbörner, du lass dich weg. Ja. Ich bin eingeschlafen. Lange blonde Haare, blau haus, ach wie schön. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Die sind so schlecht. Wer hat das schon... Die sind auch schlecht, Chris. Aber wir haben keine Freunde. Wer es das erste Mal hört, der kriegt echt zu viel. Naja, nicht wirklich. Ich fand es nie witzig. Ich fand es sofort witzig. Ich habe sofort losgelacht. Weil das einfach nur Niveau los ist. Ja, wer hat uns das gezeigt? Dein Vater. Vor allem dein Vater. Sie hatte ganz, ganz... Ich sage es nicht. Sie hatte ganz, ganz dicke, dicke. Titten! Das musst du zensieren! Keine Kraftausdrücke hier im Let's Play. Das musst du jetzt zensieren, wenn du... Das sind doch keine Kraftausdrücke. Bitte zensiere das. Piss Creeper. Piss Creeper. Ja, da konnte ich nichts für. Also wie gesagt, das war irgendwie aus dem Affekt heraus. Reflats. Scheiße, ich kann hier gar kein Klo mehr bauen. Kein Warnesland. Das ist ein Problem der Welt. Ich kann kein Klo mehr bauen. Doch, das ist wirklich ein Problem. Ich will doch ein komplettes Haus haben. Wo sollen denn die ganzen Gäste hingehen? Aufs Dach. Wir können einfach vom... 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 Aufs Dach. Aufs Dach. Aufs Dach und dann im Pool. Nee, nee, nicht im Pool. Einfach so vom Balkon. Du kannst dann ja auf die Tiere da hoch schreißen. Ja. Du, du, wenn du genug Druck aufbaust kriegst, kannst du ja vielleicht da hinten in den Fluss treffen. Du hörst das so. Flop. Ja, tausend Punkte. Es gibt so eine Käfer, die können ihren Kort tatsächlich das 200-fache von ihrer Körperlänge weit weg schießen. Ja, das ist ein Abwehrsystem. Das ist so geil. Oh, er will mich fragen. Ach, wisst ihr was? Ich baue das Klo einfach in den Keller. Ich baue jetzt in den Keller und da baue ich das Klo rein. Bei mir wären es fast 400... Nee, 300 Meter würde ich das Ding kriegen. Das Gifte-Klo. Äh, hier. Das ist dann so, weißt du, das kann in den Lebenslauf reinkommen. Ich bin 24, ich gehe gerne schwimmen und gehe zum Scheißen in den Keller. So. Da wäre ich ein... Wenn du da so wirklich so eine Bewerbung schreibst, du was möchtest. Genau. Also, Herr Benni, warum sollte ich sie dann annehmen? Ich kann im Keller scheißen. Genau so eine Leute suchen wir. Vielen Dank. Einer meiner größten Schwerken. So. Und hier würde ich dann aber das Glas ersetzen, weil irgendwie ist das dann doch ein bisschen doof, da, äh, äh, ja, Glas zu haben. Weil sonst kann man ja hier ins Klo reingucken und das ist ja nichts in der Sache. Wenn die Schrauben gleich mal, was wir hier schönes veranstaltet haben. Fabriziert haben. Fabriziert. Wir haben uns sogar zweimal verewigt. Da fällt mir ein, normalerweise. Ach, scheiße. Das ist blöd. Äh. Wenn's ehrlich, du machst, wächst und gedeiht bei mir hier. Dann machen wir das so. Und dann setzen wir die Tür hier hin. Ups. Was machst du denn jetzt? Hülle rumfült, Betten-Spam. Nee, das musst du jetzt so mit Bettenpflastern, so systematisch. Ja, dann hast du so einen Bohnen, als, äh, hast du einen Bett vorhoden. Ich hau hier.